Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich sprech grad mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Nein. 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 Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stadtkern. Nein. Ist der Russe schon so nah? Nein. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Nein. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steht zwölf Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach Unsinn. Lass los, 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 los. Temka? Ich bin in Wilmpark Werder. Was? Bist du verrückt? Was soll ich denn jetzt so viel Benzin herkriegen? Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Wozu braucht der denn so viel Benzin? Wozu braucht der denn so viel Benzin? Da. . . . Hey!